Die alte Weibermühle. Bei Apolda in Thüringen liegt die alte Weibermühle. Sie sieht ungefähr so aus wie eine große Kaffeemühle, nur dass nicht oben gedreht wird, sondern unten. Oben werden die alten Weiber hineingetan, faltig und bucklig, ohne Haare und ohne Zähne. Und unten kommen sie jung wieder heraus, schmuck und rotbackig wie Borstäpfel. Mit einem Male umdrehen ist's gemacht. Knack und Krach geht es, dass es einem durch Mark und Bein fährt. Wenn man aber die, welche herauskommen und wieder jung geworden sind, fragt, ob es nicht schrecklich wehtur, antworten sie, von wegen, wunderschön ist es. Ungefähr so, wie wenn man früh aufwacht und die Sonne ins Zimmer scheint und draußen singen die Vögel und man sich dann noch einmal im Bett ordentlich dehnt und reckt, da knackt's ja auch zuweilen. Bei Apolda wohnte einmal eine alte Frau, die hatte auch davon gehört. Da sie nun sehr gern jung gewesen war, machte sie sich eines Tages kurz entschlossen auf den Weg. Ich möchte wieder jung werden und mich ummalen lassen, sagte sie zu einem der Knechte, der vor der Mühle auf der Bank saß und aus seiner Pfeife Ringel in die blaue Luft blies. Wie heißt ihr denn? fragte der Knecht gähnend. Die alte Mutter Klapproten. Setzt euch so lange auf die Bank, Mutter Klapproten, sagte der Knecht, ging in die Mühle, schlug ein großes Buch auf und kam mit einem langen Zettel wieder heraus. Das ist wohl die Rechnung? fragte die Alte. Bewahre, erwiderte der Knecht, das Ummalen kostet nichts, aber ihr müsst sofort das hier unterschreiben. Unterschreiben, wiederholte die alte Frau. Wohl meine arme Seele dem Teufel verschreiben? Nein, 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 das tue ich nicht. Wissen Sie, ich bin fromm und möchte einmal in den Himmel kommen. Ist nicht so schlimm, lachte der Knecht. Auf dem Zettel stehen bloß alle Torheiten verzeichnet, die ihr in eurem Leben begangen habt, und zwar genau der Reihe nach, mit Zeit und Stunde. Ehe ihr euch ummalen lasst, müsst ihr euch verpflichten, alle die Torheiten noch einmal zu machen, just am Ende, wie es auf dem Zettel steht. Darauf besah er den Zettel und sagte schmunzelnd, na, freilich ein bisschen viel, Mutter Klapproten, ein bisschen viel. Vom 16. bis zum 26. Lebensjahre täglich eine, sonntags zwei. Ja, nachher wird's besser. Oh, aber Anfang der 40er, Eidertausend, da kommt's noch einmal, dicke. Ist es denn nicht möglich, wenigstens etwas auf dem Zettel zu streichen? Fragte die Alte und streichelte dem Knecht die Backen. Oh, bloß drei Sachen, mein Jüngerchen. Das andere will ich, auch wenn es denn sein muss, noch einmal machen. Nein, antwortete der Knecht, das ist platterdings unmöglich. Entweder oder. Darauf sagte die alte Frau nach einigem Besinnen. Nehmt euren Zettel wieder. Ach, ich habe die Lust an eurer dummen alten Mühle verloren. Und sie machte sich wieder auf den Heimweg. Als sie aber zu Hause ankam und die Leute sie verwundert ansahen und sagten, es ist wohl nichts mit der Mühle. Da hustete sie und antwortete, oh ja, es ist wohl etwas daran, aber ich hatte zu große Angst und dann, was hat man denn an dem bisschen Leben? Du lieber Gott.